Dieser Ford S-Max mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen silbernen 5 Thüringen den Platz. Der Venn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der sparsame Diesel hat eine Leistung von 163 PS und wird über ein 6-Gang-Automatikgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bis zum nächsten Mal.